Hallo und herzlich willkommen bei SolidCamp Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCamp 2020 stelle ich Ihnen die neue verbesserte Oberfläche für die Drag & Drop Vorlagen vor. Es stehen nun Symbole für die diversen Gruppen zur Verfügung. Des Weiteren hat der User die Möglichkeit, eigene Filter für seine Vorlagen ins Menü hinzuzufügen. In der Version SolidCamp 2020 wurde die Optik des Drag & Drop Vorlagenmanagers überarbeitet, um einfacher und übersichtlicher diese Funktionen verwalten und ausführen zu können. Anstatt die verschiedenen Ordner in Listenform vorliegen zu haben, wurden nun Schaltflächenleisten hinzugefügt. Mit dem Betätigen des ersten Symbols öffnen sich die Jobvorlagen. Mit dem zweiten die Vorlagengruppen. Mit dem dritten der Bohrungsassistent-Kamm. Das vierte Symbol ist für den Vorlagenmanager. Sie haben die Möglichkeit, die verschiedenen Ordner zu öffnen, zu schließen, mit einem Klick auf das entsprechende Symbol. Sie haben auch die Möglichkeit, zwei Ordner gleichzeitig zu öffnen. Durch diese Funktion wird das Arbeiten und Navigieren mit den Jobvorlagen wesentlich vereinfacht. Darüber hinaus wurden die Jobvorlagen in Ordnern des jeweiligen Jobtyps gruppiert. Wir haben hier verschiedene Ordner. Ein Ordner für simultane Bearbeitung, Phasenerkennung, Planfräsen, iMachining 2D, iMachining 3D. Wir haben hier eine Bearbeitung für Taschenerkennung. In diesen verschiedenen Ordnern befinden sich dann die entsprechenden Jobs dieser Kategorie. Sie haben die Möglichkeit, mit dem Klick auf diesen Pfeil eine Übersicht aller Jobvorlagen zu sehen. Und Sie können das Ganze wiederum schließen mit dem Klick auf den rechten Pfeil. In diesem oberen Feld haben Sie die Möglichkeit, einen Suchbegriff einzugeben. Wenn ich hier zum Beispiel eingebe Bohren, wird die Auswahl der Jobvorlagen immer kleiner und ich gelange direkt zu dem entsprechenden Ordner mit der Jobvorlage. Für weitere Informationen und SolidCAM Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.